Wie wichtig findest du, das hast du jetzt schon an verschiedenen Stellen angedeutet, ich würde das Wort auch befallen lassen, die Stringenz, die Frequenz von PR-Arbeit, von Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, wie wichtig findest du das für junge Unternehmen? Die haben ja oft auch nicht die Themen erst mal. Es ist total schwierig Kommunikationsanlässe zu schaffen. Man hat den Launch und dann stellt man sich natürlich vor, wir launchen, das kommunizieren wir und alle sagen Hurra, jetzt sind die endlich da und dann reden alle drüber, das ist meistens nicht so, sondern man launcht und stellt fest, nicht alle Leute kriegen das mit und dann muss man eben anfangen, dann muss man mit den entsprechenden Startup-Publikationen reden, man muss auf Events gehen, man muss sich präsentieren und, 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 und. Das ist anstrengend und dabei hilft es natürlich, wenn man jemand an der Hand hat, der sagt, pass mal auf die drei Sachen, darauf konzentrier dich mal und mach das mal. Und ich glaube, letztendlich steht und fällt damit der gesamte Start eines Startups. Mit der Kommunikation? Ja, klar. Also wenn man das versemmelt, wenn man sich darauf konzentriert, wow, wir launchen und dann werden das alle mitbekommen, das ist nicht der Fall. Und man muss den Launch gut orchestrieren, man muss danach aber auch immer wieder Sachen kommunizieren können. Ja, und das sind Sachen, die eben nicht aus der Denke des Unternehmens interessant sein sollten, sondern die aus der Denke des Nutzers interessant sein sollten. Das ist ganz oft ein Fehler. Ja, genau. Weil nämlich Startups gerne kommunizieren, wir haben jetzt das Feature XY. Und der Nutzer sagt, erzähl mal was Interessantes. Aus dem Kontext. Ja, genau. Und das ist eben diese, was ich eingangs gesagt hatte, der Blick eines Gründers ist sehr im Tunnel auf Meilensteine und das muss man dann wieder rausnehmen und gucken, was bedeutet das eigentlich für den Nutzer und wo kann man da die Kommunikationsanläser schaffen.